Bekannt wurde Max von der Gröben als Danger in Fuck You Goethe. Doch was macht der Darsteller seither? 2013 schaffte Max als Danger den großen Durchbruch. Auch in den darauffolgenden Teilen von Fuck You Goethe war der Schauspieler zu sehen. Bis heute ist er weiterhin erfolgreich im Schauspielgeschäft. 2020 erschien er in dem Udo Lindenberg Biopic Lindenberg macht ein Ding. Eigentlich kennt man Max mit seiner blonden Kurzhaffrisur. Für seine Rollen musste der Darsteller aber schon die ein oder andere optische Veränderung durchmachen. In Lindenberg macht ein Ding erscheint er als Steffi Stefan mit langer Mähne und Schnauzbart. Aktuell ist als vorbestrafter Hooligan Marcel in der Serie Das Netz Spiel am Abgrund, die seit November 2022 im ersten Läuft, zu sehen. Für die Produktion musste sich der Danger-Darsteller ebenfalls optisch ganz schön verändern. Im Interview mit Filmrezensionen.de bei der Premiere auf dem Filmfest in München 2022 verriet Max, ich spiele darin Marcel, einen gewaltbereiten, einfach gestrickten Hooligan aus Köpenick, der zu Beginn der Serie aus dem Knast entlassen wird. Das ist schon sehr weit entfernt von dem, der ich selbst bin, optisch wie persönlich. Die Tattoos zum Beispiel. Dann habe ich für die Rolle etwas an Muskeln zugelegt. Ich musste im Berliner Dialekt reden. Und auch die Haare mussten ab. Max' nächstes Projekt sind die Mittagsfrau und die Romanverfilmung Deutsches Haus, wie er im Interview weitererklärte. Im ersten Film übernimmt er die Rolle eines Nazis, im zweiten die eines Anwalts in den Auschwitz-Prozessen. Wir sind gespannt, was für eine optische Veränderung der Darsteller für diese Rollen wohl durchmachen musste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017